Ahoi Matrose, aufgepasst! Jetzt kommen Meisterschaftspromos! Herzlich willkommen zu meinem Mini-Opening von diesem Meisterschaftsbooster. Zu erhalten gab es diese Booster bei einer Teilnahme und bei einem Sieg von lokalen Meisterschaften zwischen Juli und August. Mehr dazu findet man in TCG Plus App. Ich konnte mir 10 dieser Booster krallen und freue mich extrem auf die neuen Karten. Es gibt 6 verschiedene Karten, welche parallele zu folgenden Karten sind. Und diese eingeblendeten Karten können wir ziehen. Pro Booster gibt es immer eine dieser 6 Karten. Ideal wäre es, jede Karte mindestens einmal zu ziehen. Sobald wir alle 6 Karten haben, behalten wir die ungeöffneten Booster für sonstige Zwecke. Beginnen wir mit dem ersten Booster. Ich darf die Karte nicht erwischen mit dieser Schere. Und als erstes haben wir hierzu Kirikamazo. Schön in goldener Schrift, wie man hier unten sehen kann. Und die Zahlen oben sind auch in Gold, Hologramm. Und hier ist das Logo von der Meisterschaft. So, mal sehen, was im zweiten Booster ist. Ich hoffe, dass wir dann eine Robin bekommen. Und es ist Gecko Moria. Oh. Das ist ja ein geiles Bild. Der nächste Booster, der dritte. Ich hoffe immer noch auf eine Robin oder auf einen Chopper. Einen Chopper. Vorhin hat der Fokus auch nicht richtig funktioniert. Am Ende zeige ich nochmal alle Karten aus der Nähe. Mit Fokus. Oh, das ist diesmal Nico Robin. Oh, genau das wollte ich haben. Wir haben hier die erste Karte aus dem ersten OP-01. Die Wahrscheinlichkeit wird jetzt immer höher, dass wir eine Doppelte kriegen. Aber wir haben noch genug Booster. Das ist jetzt der vierte Booster. Und was ist es jetzt? Ein Corazon. Jetzt nur noch Chopper und Brulé. Wenn wir die zwei noch kriegen, dann haben wir das Set vollständig. Das habe ich nicht richtig aufgeschnitten. Das kleine Eck noch. So, jetzt kann die Karte raus. Und das ist nochmal Hitokiri Kamaso. Eine Doppelte. Booster Nummer 6 in Angriff nehmen. Schon vorsichtig schneiden und nicht die Karte erwischen. Das wäre nämlich sehr tragisch. Bei so einer besonderen Karte. Und es ist noch eine Robin. Booster Nummer 7 bringt jetzt bestimmt ganz viel Glück. Und nochmal Moria. Nur noch drei Booster. Und wir haben bereits drei Doppelte. Sieht bisher sehr schlecht aus. Aber es könnte vielleicht noch was werden bei drei Karten. Und nochmal Robin. Na gut. Wahrscheinlich muss ich es dann tauschen. Vorletzter Booster. Und uns fehlen noch zwei Karten. Also jetzt müssen wir richtig viel Glück haben. Und Chopper hätte ich schon gerne gehabt. Es ist grün. Und es ist Chopper. Jawoll. Ah, jetzt fehlt nur noch eine Karte. Ach, ist er süß. Letzter Booster für heute. Ihr wisst ja nicht, was drin ist. Ich hoffe, da ist noch eine Brûlée drin. Und wenn euch das Video bisher gefallen hat, bitte ein Like da lassen. Und schreibt mal in den Kommentaren, was ihr von diesen Sets findet, die es auf Meisterschaften gibt. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass es noch eine Brûlée wird. Und es ist nochmal ein Chopper. Okay. Wie versprochen, zeige ich euch noch einmal die Karten aus der Nähe. Mit einem richtigen Fokus. Das ist hier Don Quixote Rosinante. In goldener Schrift. Sieht man nicht so gut. Auf dem schwarzen Hintergrund. Sein Blocker-Charakter hat diesen Effekt hier. Dann haben wir hier in grün Chopper mit 2000 Counter. Das goldene Schrift sieht man auch nicht so gut. Auf dem grünen Hintergrund. Aber eine sehr süße Karte. Dann haben wir hier Killer. Oder auch bekannt als Hitokiri Kamaso. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Das tut mir wirklich leid. an alle Killer-Fans. Vielleicht hätte man das mit der goldenen Schrift noch ein bisschen besser hervorheben sollen. Ich weiß es nicht. Aber die Karten an sich, die Bilder, das Design sieht alles mega aus. Vor allem diese Karte, die Nico Robin. Hier sieht man das goldene besser, als mehr so gelblich Gold. In dem roten hat es einen besseren Kontrast, als bei den anderen. Bei Brülee würde man es noch besser sehen. Oder weiß ich nicht. Habe ich ja nicht gezogen. Brülee fällt jetzt weg. Und zum Schluss noch Gekomoria. Finde ich ist auch eine wunderschöne Karte. Und mal sehen, vielleicht kann man die auch sehr schön irgendwo präsentieren. In einem Deck oder so. Oder in Givere. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja mehrere gezogen. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Und abonniert den Kanal, um noch mehr davon zu sehen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!